Das Studienzentrum der NARCO in Hannover befindet sich in der Theodor-Lienen-Straße, nahe der Medizinischen Hochschule. Es ist Teil des CRC-Gebäudes, einem gemeinsamen klinischen Studienzentrum des Fraunhofer ITEM, der MHH und des HZI Braunschweig. Sie erreichen das Studienzentrum sowohl mit dem Auto über die A37 Auswart-Weidetor Medizinische Hochschule, als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die Haltestelle Nobelring. Es gibt kostenfreie Parkplätze und das gesamte Zentrum ist behindertengerecht ausgelegt. Hallo, schönen guten Tag, kommen Sie doch her. Hallo. Hallo, herzlich willkommen bei der nationalen Kurorte. Guten Tag. Wie ist denn Ihr Name? Janik Müller. Janik Müller, und wann sind Sie geboren? Am 2.04.1989. Ja, und Sie sind nüchtern? Ja. Prima. Haben Sie Ihren Impfausweis dabei? Ja, den habe ich dabei. Dann können Sie ihn mir bitte gleich geben. Bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Nehmen Sie doch bitte nochmal einen ganz kleinen Moment Platz. Ich rufe gleich die Kollegin, ja? Alles klar. Danke.